Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen! Ja, lange ist es her, circa zwei Monate, ziemlich genau zwei Monate seit dem letzten Video. Wir haben sehr viel erlebt, was auch der Grund ist, warum wir nicht dazu gekommen sind, irgendwas zusammenzuschneiden großartig. Ja, jetzt sind wir gerade in der Wäscherei in Herbie Bay. Morgen geht es nach Fraser. Wir müssen ein paar Klamotten waschen, da wir die letzte Zeit nur mit Campen verbracht haben. Ja, war lustig. Ja, war sehr lustig. Aber jetzt zeigen wir euch nochmal, was wir die letzten Wochen so gemacht haben. Quasi ein Portfolio der guten Laune. Los geht's! . Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das war die Regenwaldklappe, die erste. Wir haben noch mehr, weiter geht's. Ja, soweit so gut. Als nächstes seht ihr unseren Trip zu den drei Wasserfällen, Josephine Falls, Miller Miller und Deiner Falls, ja, viel Spaß. Ja, soweit so gut. Ja, das war quasi das Ende von uns in Kerns. Nach einer zweimalmonatigen Party haben wir uns dann doch mal gedacht, fahren wir mal los. Und altbekannt ging's weiter, Regenwaldklappe 2. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.